ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Meister? Paul Bäumer? Ich möchte nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Westfront. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wieder mehr als 40.000 Tod allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Ihr habt 72 Stunden, um unsere Kondition zu akzeptieren. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wir wollen mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden! Schließen wir Frieden. Schließen wir Frieden. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. Ich bin fertig. Ich bin nämlich da. Ich werde immer auf dem Boden. Ich bin.